Wir hätten uns keine Besten aussuchen können. So, das Stück haben wir jetzt zusammen gemacht. Und das kennen Sie, das ist eine Coverversion, das können Sie aber mitsingen. Absolut letztes Stück für heute. Schauen wir mal, was es ist. Mal gucken, wann Sie das erkennen. Sein Stück, das Original, ist von 1979 und hat erst vier Jahre später in Deutschland eine ganze Welle ausgelöst. Welche Welle war das vorhin? Neue Deutsche! An der Umgegungsstraße, kurz vor den Bauern unserer Stadt. Steht eine Erfüllung, wie sie noch keiner gesehen hat. Sie hat das Hassungsvermögen, sämtlich an ein Konzent in der Stadt. An der Umgegungsstraße, kurz vor den Bauern unserer Stadt. An der Umgegungsstraße, kurz vor den Bauern unserer Stadt. An der Umgegungsstraße, kurz vor den Bauern unserer Stadt. An der Umgegungsstraße, kurz vor den Bauern unserer Stadt. Ich bin ein Kind dieser Zeit. 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 Ich bin ein Kind dieser Zeit.